Ein fluschiges Hallöchen Leute, ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. So Leute, ich hab mal wieder Bock auf das Projekt und darum möchte ich mal weitermachen. So und ich hatte mal Lust gehabt, in der Japan Lobby zu joinen, wie man wahrscheinlich schon sehen kann, so die Namen und so alles, ist klar, und die Flagge, heftig. Ähm, yo, ich bin früh am Aufnehmen und es ist schon geil, ey, dass da wirklich viele Japsen dabei sind. So, hier geht's auf jeden Fall ab. Das gefällt mir. So, ha, einer muss er abbekommen, so ein Opfer. Okay, okay, okay. Ähm, ich hab bei der Tabelle gesehen, also wo die Spieler sich angezeigt haben alle, ähm, hab ich gesehen, dass auch einer aus Kanada mitzockt. Ja, da muss ein Japaner auf mich, äh, auf mein Item drauf haben. Läuft. Ähm, ja, ich bin jetzt, ähm, ja, ich bin jetzt, also da spielt auch einer aus Kanada mit, sonst so Japaner. Gut, der hat's wahrscheinlich auch nicht einfach. Oh, ne, 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 wieso, äh, ja, der kam ein bisschen zu spät, der Pilz. So ein, äh, das ist einfach total verzögernd. So, ja, ich hab leider keine Themen so für euch, ich nehm das so spontan auf und, darum. Und wie ihr auch schon seht, äh, hab ich ja meine Facecam wieder da, weil, jo, ja, genau. Wer hat mich denn wieder gesnipet? Ein Japaner bestimmt. Jo, ist klar. Äh, was ist los? Äh, ja, genau. Ich schmeiß die einfach nach vorne. What the fuck? Heftig, habt ihr das gesehen, alter, die rote. Hä? War das jetzt ein Internet-Bug? Lol. Das war jetzt echt, das war richtig lucky gewesen. Jo, wie ihr schon die Tabelle seht. Heftig. Ach, da spielt auch einer aus, äh, aus der Schweiz mit. Okay. Jo. Läuft doch noch gut, ne? So, Leute, es geht weiter. In einer netten DLC-Strecke von Link. So. Okay. Ja. Auf jeden Fall war das erste Rennen nicht so ätzend gelaufen. Also, wahrscheinlich war das nur Glück, ne? Man weiß nie, also, man kann niemandem trauen. So. Okay, äh. Naja, also, es sind jetzt nicht so solche Profis, also, dass ich die ganze Zeit hinten bin. Ähm, sieht man schon. Okay, da will jemand attackieren. Auf aggressiv. War wohl nix. So, so. Ja, der Partner. Ihr habt ja nix drauf. Was los mit euch? Ach, komm. Ey. Ja, ich glaube, der Akku geht gleich wieder leer von der Facecam. Äh, das ist... Weil, ich hab gehört, dass mein Handygard vibriert hat und... Ach, du Scheiße. Jetzt werde ich gefickt. Jetzt werde ich gefistet. Ach, was mach ich da eigentlich? Was mach ich da? Ja, ich weiß nicht. Also, ich hab jetzt überhaupt... Kein... Ich versteh grad echt nicht, warum ich jetzt so scheiße bin, ey. Was ist da los, verdammt? Äh, ich halt mal jetzt meinen Mund. Verdammt. Ja, mein Handy, ja. Tut mir leid, wenn die Facecam gleich ausgeht. Aber... Ich hab wirklich die Befürchtung, dass der Akku leer geht. So ein Pech aber auch, ey. So ein scheiß Pech. So, ey. Jetzt rissst du auch die Brote. Ach, Karma. New Face. Irgendwie Japaner, ey. Und das ist ja schon die letzte Runde. Alles entspannt, Leute. Ich versteh das nicht. Also, ich hab es schon echt schwerer vorgestellt. Ja, vielleicht sind das sowieso die Kiddies oder so. Wahrscheinlich. Ja, ich hab endlich die 13k erreicht. Yay. Nee, das ist ja nicht viel, ne. Also, das ist ja wenig. Klar. Na, halt doch das Maul. Du scheiß an mir, ey. Das ist unglaublich. So, Leute. Weiter geht's. Und, ja. Ihr seht mich nicht mehr. Weil der Akku leider vom Handy leergegangen ist. Von meiner Facecam. Und ich feier einfach mein Handy zu sehr, ey. Das ist unglaublich. Warum der immer Ich hab einfach nur Pech. Ich versteh das nicht, ey. Ist das so schwer, das Handy aufzuladen? Ich kapier das nicht, ey. Das ist unglaublich. Dass man so ein Pech haben kann, ey. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich der Einzige, ey. Das ist unglaublich. Ah, wirklich. Das ist... Jetzt sind... Jetzt sind die auf... Jetzt sind die im Akku-Modus. Ich hör... Ich merk das schon, Japaner, ey. Das ist unglaublich. So. Mal am besten am Arsch kleben lassen. Was mach ich denn da eigentlich? Was war das denn grad? Ey, du Fotze eigentlich. Du bist so eine Fotze. Ah, du Drecksruhendung, Alter. Such dir irgendwo Land, aber nicht hier, ey. Ja, komm, die Japaner, ey. Die wollen hier den ersten Sieg noch holen. Alles klar. Komm, die Abkürzung nutzen wir mal. Zack. Und die war echt scheiße genutzt. Die war richtig scheiße genutzt, Alter. Ey. Ey, ohne Scheiße. Ich mach noch gleich ein letztes Rennen. Also, ich werd noch ein Rennen machen. Weil es ja so spannend ist. Und was mach ich denn? Da bin ich dumm. Alter. Ey. Ach, komm, Mann. Das ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich... Ich hab keine Worte dafür. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Die Big Blue Strecke. Also, äh... Ja. Von Mute City. Okay. Fuck, Mann. Okay, das war noch in Ordnung, der Start. So. Jetzt wollen wir irgendwie hier... Ja, das ist natürlich problematisch, ne? Der mit dem Panzer und... Ah, der schubst natürlich runter, ey. Ist das jetzt wirklich so ein Pech, oder was? Könnt ihr mir das erklären? Oder... Ist... Ist... Flötet die Konzentration hier irgendwie? Oder was ist los, ey? Ja, komm. Einfach ausnutzen. Zack. Einfach... Nicht drumherum reden, sondern machen. Der hat ne Rote, der hat ne Rote. Das ist problematisch. Ach, der ist ja Random. Ah, ja. Der Random spielt da mit, hab ich ja gar nicht gesagt. Ein guter Freund von mir auch. So, so. Jetzt muss ne Blaue kommen. Jetzt muss ne Blaue kommen, bitte. Mario Kart, sei doch mal so nett zu mir. Ja. Ey, ich weiß. Ich bin scheiße. Und da kommt auch ne Blaue. Oh, oh, ja. Könnte ich noch hier Erster werden? Könnte ich hier noch Erster werden? Geht das? Nein. Oh, was war das denn für ein Lucky-Moment? Und nein, das ist kein Lucky. Doch, das ist Lucky. Lucky, Lucky, Lucky. Lucky, Lucky ist das. Geiler Scheiß. Ich werd noch Zweiter. Ey, ich werd ne Zweiter, ey. Also, ich hab schon wirklich einige Lack-Moments. Ist mir schon aufgefallen. Das gefällt mir. Okay, Leute. Dann GG's Random. Wollte ich auf jeden Fall noch gesagt haben. Und dann werd ich jetzt mal den Part jetzt beenden. Haut rein. Bis beim nächsten Mal. Und ciao.